Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut... ...werde ich diesmal gewinnen. Ich glaube, ich habe noch nie gewonnen, oder? Bei unseren Duellen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe einmal Stere-Schein... Stere-Schein-Papier, Junge. Alter, was ist denn heute los? Das habe ich einmal gewonnen. Stere-Schein-Papier habe ich einmal gewonnen. Wirklich? Ich glaube, das war in der letzten... So, Alter, Konzentration. Ene-Mene-Miste, es rappelt in der Kiste. Ene-Mene-Muh, und raus bist du. Ist noch kein langer, langer Satz. Sag mir erst deinen liebsten Schatz, Schmenjöl. Schmenjöl hat ein zweckisches Geradeaus-Paradekissen. Mutter hat's gesehen und du kannst gehen. Nein! Ene-Mene-Miste, es rappelt in der Kiste. Ene-Mene-Muh, und raus bist du. Nein! Mein Game! So, Junge, es ist wieder Zeit. Oh mein Gott, ich habe einfach gewonnen. Nein, 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 hast du noch lange nicht. Diesmal werde ich gewinnen. Glaub mir. Schimmerdrache! Ja! Ja, Mann, ja. Und ich beende meinen Zug. Du bist dran, Schmenjöl. Herz der Karten! Diesmal bist du dran! Ich glaube! Und ich sitze! Magischer Zylinder! Loll, du hast das verraten! Na, vielleicht lüge ich aber auch. Nein, bitte kein Spielchen wieder, Manuel! Und faszinierender Kreis der Zerstörung! Ist er doch eh nicht, oder? Ja, vielleicht er doch. Scheiße. Ich muss kurz googeln. Was ist das? Okay, Google. Ich setze. Okay, Google. Den Brecher. Magischer Krieger! Der ist auch gut. Oh ja, ist er. Vor allem, wenn man den schwarzen Anhänger beschwört und ihn damit noch viel stärker macht. Warte mal kurz Pause, ja? Ganz kurz? Ja. Okay, Google. Faszinierender Kreis. Ach der! Okay, bin ich gewappnet! Es wird Zeit, dich von deinen Lebenspunkten zu verabschieden! Ganz kurz! Ich beschwöre! Vorhutes Drachen, Junge! Die Vorhaut? Effekt aktivieren! Oh nein! Kanindrache, auf die Friedung mit dir! Der wird jetzt aber nicht stärker, oder? Und ich setze deine Karte verdeckt! Mein Plan geht auf! Du bist dran! Und! Herf der Karten! Nee! Scheiße der Karten, Junge! Jetzt, der Karten hat mich nicht enttäuscht! Denn ich habe eine Karte doppelt gezogen! Ich aktiviere den Effekt von Brechermagischer Krieger! Und zerstöre deine Fallenkarte da oben! Aber vorher aktiviere ich sie, du Opfergeburtsrecht, Junge! Und ich nehme den Kanindrache! Nein, warte mal! Rito, beschwöre das Gebet der Ziel! Und beschwöre ihn! Nein! Das zählt nicht, oder? Warum darf das zählen? Was? Und er... Ist wieder weg, ja Gott sei Dank! Ich dachte schon! Danke! Danke! Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel! Jedes Mal die gleiche Scheiße! Nur weil die nicht klar sagen, was... Nö! Tod! Arschlitz! Aui! So, jetzt reicht es mir aber! Der Maure Seele ist noch vollständig! Herz der Arschkarten, Junge! Ich will eine geile Karte, Junge! Und? Ist sie geil? Mann, das läuft wie immer! Ohne Witz! Das war... Weißt du? Ich spiele hier die Sahne-Kombos! Die Crème de la Crème! Der YouTube-Deluxe-Bringer! Weißt du das? Und dann kommt so ein Spacko daher! Macht wieder... Wo machst du denn Sahne-Kombos? Äh... Ich... Ich... Ich mach deine Fallenkarte weg! Ich bin manuell! Ja, das sind Kombos! Und dann ist wieder alles im Arsch! Das ist keine Kombo! Das kann jeder Bonobo spielen! Du bist dran! Du hast so ein Glück, dass ich keine Monster ziehe! Ja, brauchst du ja auch nicht! Weil du ja alles konterst! Dann bist du tot! Ach, ein Scheiß bin ich! Brecher! Magischer Krieger! Ja, komm doch! Komm doch! Mag... Wie fühlt sich das an, ne? Wieder gedemütigt zu werden! Boah, der saß! Was? Hat mich glatt vom Stuhl gehauen! Na, ist der Monster? Ha? Scheiße! Sekunde! Ja! So, jetzt, Junge! Antiker Drache! Ich bin tot! Ich bin so tot! Und ich setze eine Karte verdeckt! Ich geh in die Battle Phase! Hä? Was hast du vor? Und ich geh in die zweite Main Phase! Und ich beende meinen Zug! Hehehehe! Anstatt durchzudrücken! So, jetzt! Mann, bitte! Flammender Odem! Oh, was ist das denn? Ich opfere den... ...antiken Drache! Oh nein! Und zerstöre deinen Brecher! Magischer Scheiße, Junge! Nein! Au, ah! Ja! Oh, das zwickt immer so! Kettenenergie! Was ist das denn? Deine Lieblingskarte! Nein, nicht... Oh doch! Ich kann aber nichts machen! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Junge, sollen wir jetzt wieder bis zum Tor ziehen? Ja, mach doch! Trau dich! Kann ich ja nichts tun! Warum tötest du denn meinen Monster? Was soll das? Aui! Du bist dran! Warum ziehen wir keine Monster? Was ist da? Was ist da? Schon wieder nicht! Okay! Ich werd's jetzt tun! Ich werd's jetzt tun! Oh nein, das... Oh! Das kostet! Ich hab's vergessen! Junge, Alter! Jetzt einen schönen Harpies-Federwisch! Ich aktiviere! Die einzige Karte, die ich ausgetauscht habe! Und... So heißt sie auch! Nämlich... Austausch! Und damit töt' ich mich selber! Oh! Was hast du denn Interessantes? Guck mal! Ui! Hä? Beide Spieler! Ich muss deine aufstehen! Ja, warte, warte! Nein! Ach komm! Nein! Ich nehme Seelentausch! Oh! Ich hasse dich so! Ne, guck mal, was du jetzt für eine Auswahl hast! Oh nein! Meine zwei stärksten Karten! Ich zieh keine Kreaturen! Ja, keine, die ich spielen kann! Ne, oder? Jetzt bin ich gespannt! Du nimmst nicht! Nein, Junge! Der kommt doch eh nie ins Spiel! Okay, gut! Du bist dran! Danke! Mario Gazzett, diesmal bist du... Ich ficke dich diesmal mit deiner eigenen Karte! Das ist so krass, wenn du mich jetzt echt damit töten würdest! Du bist dran! Ey, das ist nicht... Das kann doch nicht passieren! Das ist doch nicht wahr! Franz, ich bin's! Jetzt wirst du gefickt, Junge! Alter, wenn... Das Ding ist ja, wenn du jetzt den weißen Drachen beschwörst und dann dadurch Mario Gazzett... Dann bin ich tot! Junge! Antike! Regel, Junge! Ich hab meine Tage... So! Blaue, Junge! Was? Du kannst den echt holen! Weißer Drachen! In die Scheide rein, Junge! Oh nein, nein! Bamm, Junge! So, und jetzt kommt der Großartige! Den kannst du nicht holen, oder? Brauchen wir dafür nicht zwei? Wien... Mimm... 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 Jogaze... Nein! UFSH!!! UFSH!!! Alter, das ist nicht dein Ernst! 6.000 bringt mich halt echt um! UFSH!!! NeeeeeeIN! Bitte! Und ich aktiviere... Die Karte die ich von Anfang an erwähnt habe! Magischer Zylinder Du hast da jetzt aber nichts gegen Oder bitte nicht Du bist tot Ich sitze Magischer Zylinder Leute, du hast das verraten Vielleicht will ich aber auch Nein, bitte keine Spielchen wieder Manuel Ich hab dich in eine Falle gelockt Von Anfang an Bist du jetzt im Reich der Schatten? Ich hab dir gerade 6000 Lebenspunkte abgezogen Alter, krass Ich hab schon viele Schattenduelle gemacht In meinem Leben Aber noch nie gesehen, dass einer Ohne einen Ton von sich zu geben Ins Schattenreich verbannt wurde Irgendwie schade Dass man danach so allein ist Jetzt feiert keiner mit mir Magst du es? Okay, ich hol dich wieder zurück Komm, komm bitte Hallo? Hallo? Hahaha 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 Das war doch schön Das war wirklich richtig schön Hast du einen Nervenzusammenbruch? Hahaha Hallo Soll ich jetzt was zu essen kochen? Okay, ich bin weg Als ob er einfach weggegangen ist So, ich hab jetzt meinen Kaffee Du bist echt weg? Nein, das hält doch eine Schnauze I'm soкуหนel Shut up Ich bin weggegangen ist